Das Problem ist, ich bin momentan abends fertig, wirklich fertig, es ist sehr anstrengend momentan mit den Kindern, ey, die Arbeit ist ziemlich hart momentan, ich bin nicht müde abends, ich bin auch jetzt müde, nur ich hab keine Bock schon ins Bett zu gehen, morgen abend kann ich nicht, morgen abend bin ich auf Geburtstag eingeladen und, müde ist eigentlich immer scheiße, wenn du müde spielst, wenn ich gleich sterbe, dann nicht wundern, ne? Der Ispolnitl, den muss ich übrigens direkt mal melden, das ist nämlich der Typ, den ich vorhin interrogiert habe und dann gelieft ist Echt? Ja, könnte also sein, dass der jetzt gleich mich direkt erschießt oder so, weil ich ihn verhört habe, keine Ahnung Und wir liefen direkt mal gemeldet Ja, ich spüre wieder ein bisschen Setscher, es klappt ja eigentlich soweit ganz okay und es ist halt auch saupraktisch Ja, du merkst halt, der Mark, der hat dann immer Thatcher gespielt, also fast immer, ne, wenn er nicht mal Bug gespielt hat oder so Und es fehlt halt ein Teil, wenn man dann die Wände nicht aufkriegt, wenn ich dann Thermalt hatte und so, das ist halt schon nicht ganz cool Jetzt haben wir zumindest Fibana, die allerdings auch nichts reißen kann, weil mittlerweile ist es auch so wieder, ich meine, das war zwischenzeitlich mal nicht so, aber jetzt wieder, dass eigentlich auch immer irgendwie Wände dabei ist oder Gut Garage Ja, genau, wenn ich mich so an unsere Anfangszeit erinnere, dass du immer Hibana gespielt, Mark immer Thatcher, ich immer Ash Später sind wir dann aufgestiegen auf, äh, Hibana, das war mal Thatcher Und das ist eigentlich schon eine supergute Klimination, weil der überlebt bei uns beiden immer einer, um zu ranzukommen 5 Sekunden bevor insertion 5 Sekunden bevor insertion Können wir hier alles weg machen Boah, das ist ein Gremiumwurf gewesen, ey, von ganz hier oben vom Dach Ja, ganz feuchter, ja Und noch so ein geiler Gremium, wo ich bin super, ey Wenn ich jetzt noch einen an dem Loch eben zeigen würde, das wäre schon ziemlich cool Oh, leider tut mir keiner den Gefallen Oh, du bekommst, warte, zerstört, das war schön Ich hab mich in einem Baum versteckt Frosttrap, rein in der Bindung Oh, jetzt wäre ich auch noch von dem... Oh, der Feuerwehr hat mir gerade den Arsch gerettet Der Feuerwehr hat Kill gemacht Yay, er ist aufgewacht Ey, ein Kill hatte ich eben im ersten Spiel auch, aber was War nicht so... Danach lief es nicht mehr so gut Äh, auch Garage, ja Also sollte man Bandit und Kaid mitnehmen, hä? Bandit, Kaid, Mute Ja, obwohl Bandit reicht ja eigentlich Ja, obwohl Kaid hinten für die zwei Wände bräuchten wir auch noch, ne? Bandit und Mute auf jeden Fall Muss ich mal Mute Der, 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 wie heißt er denn? Ich glaub, willst du Lesion nehmen? Dann nehm ich den anderen, äh, Igel Du spielst doch ganz gerne Lesion, der kann nämlich auch, wenn du ein bisschen fallen hast Das ist auch nicht verstanden Oh, ne nehm schon, nehm schon, nehm schon Ähm, jetzt hätt ich keine Zeit mehr, mir einen anderen zu überlegen We need to protect the biohazard container, secure the room Oh, mach ich den Der kann nicht dauern und ich habe im � Sabbath Kommt dran Also du quasi sagst dass er der, 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 der Krömer광i ist klar Die, die der die Sekunde gemacht hat Ich muss gerade nicht zwei Sekunden lang warten, bevor Av hereid reagierte, werde ich vor der Wand gestanden hatte Ich hab noch eine Wand, kann eine aufmachen Wo, noch ne? Wollen wir noch eine? Ja, oben brauchen wir noch jede eine Ich muss die eine auch von hier an Ja, ist halt eben so Ist Beauty oben, ne? Ich leg mal einen Fall hin Ich kann mal die Außenwand nehmen hier Wenn sie äschen ist eh egal, aber so können sie sich nicht aufgebreached Unten war alles verstrumpen, so, ne? Mhm Glaube ich, stimmt. Ich hoffe, ich habe ein Tor und die eine Verbindungswand zugemacht Ich hoffe, Kaid hat die andere Wand gemacht Ja, das hat aufgeslitcht, ja? Balkon? Ja Ich bin aber seitlich am Flur lassen durchkommen, wollte ich sagen Ich bin dann unter Deckung gewesen, weil der hat irgendwie eine Schulter auf mir getroffen oder wie so Sind zwei übrigens, Hibana und Sophia Oh, Buck Ja, klar Wo sind die denn? Die haben die auch in der Deckung erwischt Oben sind die Server da oben Wenn du jetzt rechts hoch gehst, ich treffe da Wahnsinn Lassen Es ist keiner in der Garage Es sind aber noch zwei Ich weiß nicht, wie lange das ist Im Notfall kannst du ja sonst mal unten rumlaufen und in die Garage Ich wollte kurz sagen Die Garagenwände sind noch zu Ja, gut, aber es ist gerade keiner zum Schutz Ah, der läuft bestimmt gleich in meine ganzen Fallen da rein Ja, ja, der eine ist da nicht Ah, der packt einen von hinten Ja, ja, gut Das haben wir gerne Weiter läuft jetzt nicht mehr in meine Fallen Kriege ich nichts mehr Ich dachte, da kommt noch ein anderer Warte Warte Der Kaid, der kommt Der Kaid hat glaube ich da alle deine Fallen weggeholt Ne, ne, die sind noch da, aber es war ziemlich jung Oh Ich muss viel öfter melden Was hat der gemacht? Der wirft sinnlos ne Granate irgendwie ins Nichts Und hätte noch fast meine Leschen fallen da oben zerstört damit Der Dumm ist einfach völlig Wo keiner ist, einfach oben auf die Brüstung ne Granate geworfen Das ist Granatenvergeudung Es gefährdet meine Leschen fallen Und der hat mich vorhin fast wie ein Juden verbrannt Ja, also Sinnlos Alles Gründe ihn zu hassen Richtig Richtig Ich glaube ich spawne übrigens aus Prinzip irgendwie an der Baustelle Nur wenn ich bei denen spawne Du musst Prioritäten setzen in deinem Der Spinner spawnt random, der kann direkt neben dir Mhm Ok, wir müssen direkt erschießen Wir müssen beachten, um den Biohazard-Container zu befassen Hm Natürlich nicht äh Gut Work Der Biohazard-Container hat sich befassen Nicht nur gewisse Absicht sondern nur um zu testen ob der Defektion damage drin ist Ja Für die Wissenschaft Ja Der mit der Maestro da hinten rum Behindertraum Ach Ah, jetzt bewegt er sich. Es lebt. Da pimpelt wieder einer raus. Da kommt eine Ansage, halten Sie sich von den Einsatzfahrzeugen von. Wir sind das verfickte Einsatzteam. Das ist eine Wand nicht verstärkt. Haben wir noch einen Thatcher? Ja. Da oben ist auf jeden Fall einer. Ist die schon wieder verstummt? Ich habe gerade eben einer oben. Einer ist gemutet. Niemand ist gemutet. Das ist ja ohne Kamera, die hat mir jetzt auch weggeholt. Weißt du, wo die Kamera ist? Äh... Nee, eigentlich nicht. Und das ist genau das Problem. Ich bin. Ich bin... Was ist die Kamera? Das gibt's ja gar nicht. Ja, noch 55 Sekunden. Oh, ich sehe doch hier schon. Ja, das ist aber, glaube ich, die von Maverick ist. Fuck. Oben auf der Brustzunge ist einer. Sehr gut. Ja, oben auf der Brustzunge ist Lesion. Der ist oben auf der Brustzunge, ja. Alter. Muss er denn? Oben, gerade rechts. Unten rechts unter dir. Was? Fuck, wo war der denn noch? Scheiße. Auch oben. Ich hab den unten nicht gesehen. Den habe ich aber auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ne. Den habe ich nicht gesehen. Und der unten hat mich überhaupt nicht gesehen. Hätte ich erstmal oben hinweg geholt. Hätte ich sie alle gehabt. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, es wäre nur noch der unten. Ich habe keine Ahnung, ob es noch zwei sind. Ich habe gedacht, es wäre nur noch einer gewesen. Tja, ich weiß auch nicht. Wo sind wir? Schon wieder Garage? Ja. So ist Kaid. So, warte mal, dann nehme ich was anderes. Das ist ja Quatsch mit Kavera. Obwohl Kavera, da geht trotzdem. Da brauche ich noch einen Stromer. Einen Stromer brauchen wir noch. Obwohl... Ne, nicht unbedingt. Kann man nicht genug haben. Also wenn ich mit Kaid die, äh... Ja, dann kommen wir ja, wenn sie wegsetchen oder so, kann man ja wieder einen neuen hinstellen. Schadet ja nicht, noch ein paar in Pette zu haben. Ja. Das ist aber extrem häufig, dass man immer wieder die gleichen Räume hat, ne? Also früher war das mehr random. Die... Boah, die doch Kamera an der Wand ist glaube ich nicht gut, weil wenn man die verstromt, dann ist die sofort... Mute ich dir eben nur. Ja, ist besser. Stimmt, oben, die Außenwand. Ich muss mal nach oben gehen. Ich höre, die kann ich verstromen, oder willst du die muten? Oh, ne, mach ich, mach ich, mach ich. Ich mute nochmal die normale Wand hier. Was ich mal machen kann, ist, ich kann man hier noch vor das Drohnenloch in der Wand stellen. Dann könnt ihr hier nicht rein drohen. Abuki. Guck mal, wir haben alle 3,905 Punkte, ne? Wir sind halt geil. Also, wenn einer, dann wir. Sind wir hier Klonkrieger, oder was? Das waren alles selten. Das waren alles selten, ne? Das waren alles selten. Das waren alles selten, ne? Was ist denn noch ein Mute? Oh, gerade nicht. Also einmal die Doppelwand habe ich wieder zugemacht, aber Ich komm. Wo musst du hin? Unten Südwestecke. Ich sammle die an der Außenwand mal wieder auf, weil die kommen sie ja nicht. Gut, halt wieder verstärkt. Ja klar. Mist, Geldraum ist einer. Geldraum. Schaben. Das war bug. Ganz viele Maverick-Löcher. Und die haben die Wand aufgemacht, die Außenwand, die ich vorhin neu gesetzt habe, Gunnar. Mhm. Ich bin tot. Ich auch. Der Nahrung wird jemand los. Einer. Ich muss die Drohne da wegnehmen. Hä? Da war bei mir kein Loch in der Wand. Ich bin tot. Definitiv nicht. Hier ist was los, ja. Fuck. Na, am Ende sind es nur noch vier. Ja. Ich glaub, Garage muss man wirklich versuchen von oben zu machen. Oben die Wand entthatchern, aufmachen. Gar nicht unbedingt unten. Von oben kann man das besser kontrollieren. Und wenn man oben zu dritt reingeht, kann man auch ein bisschen nach hinten sichern. Die Wände entthatchern, aufmachen. Oben rein. Oben ist schon sehr gut eigentlich, ja. Und dann von oben klären, ja. Das ist das beste, glaub ich. Locate the Biohazard Container. Das hat auch mehr Deckung von oben, wenn die, wenn die nicht reinkommen. Ja. Das hört sich nach bar an. Ja. Na schön. Nicely done. The Biohazard Container has been located. Ich mach mal die Laderampe, aber dann greif ich hinten über den Strip-Club an. Ich bin mal auf dem Pot. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Insertion in 5 Sekunden. Proceed to Biohazard Container location. Number 2. Oder Startion. Der sch Replik. Ich bin bereit. Und dann noch weiter. Und dann noch mehr bounce. Ich bin bereit. Das ist fliege. Das ist fertig. Jur um ein Wächt schuss. Entfer escreve. Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh mein Gott, was ist denn da los, ey? Fuck. Oh, der reicht. Einer liegt auf der Bühne. Ich hab den noch nicht gesehen. Läuft ja. Leider. Ist das für Nigel? Wenn ich mal Kills hole, ne? Das sind schon die meisten von uns. Ich Kills hole, verlieren wir. Und dass keine Gute haben auch verloren. Das stimmt. Ach, jetzt schieß ich auf die Eleby. Scheiße. Äh, ich hab das war's sogar. Ne, ne, das war Doc. Ach schon, na gut, war beides. Geil. Äh, haben wir es schön, ein 2-0 und ein 3-2, ne? Gut sein. Aber jetzt kann ich mal sagen, diese Runde lags nicht an mir. Ja, an uns dreien nicht so richtig, ne? Ne, ne? Führen wir ja an. Werden auch nur knapp. Ja, jetzt kommst du langsam wieder in Form, ne? Ja, jetzt würd ich langsam machen. Das muss es ja jetzt richtig gut werden. Geht ja gar nicht anders. Das heißt, wenn wir jetzt alle unser Können hier abrufen, dann macht jeder 15 Kills, ne? Oder wie ist das jetzt? Boah. Macht jeder 15 Kills pro Runde, ne? Wie sieht's aus? Das hatten wir übrigens mal, äh, da war der Mark irgendwie ne Weile nicht da. Und da haben wir dann, äh, einen Tag oder so, bevor er wieder kam, haben Gunnar und ich auf Coastline eine Runde gemacht. Da haben wir alle Kills gemacht. Nur wir beide. Kein anderer sonst. Und dann haben wir einen Screenshot davon gemacht. Und dann kam der Mark den ersten Tag wieder, na, wie is it? Und wir haben dann den Screenshot und Post geschrieben, so, das ist jetzt Standard. Wurde aber nicht Standard, leider. So gut. Ja, wir haben halt, muss man uns mal zugute halten. Wir haben halt dann noch Pausen gemacht, ne? Hm. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020